Normalerweise gehen wir in die Örtkehalle, um gute Musik zu hören. Da das heute nicht geht, habe ich mir gedacht, zeige ich euch einfach mal das Dach. Denn von hier hat man zumindest eine richtig gute Sicht. So Leute, wir waren zusammen an vielen schönen Orten. Haltet die Augen offen, bleibt gesund. Ihr seht, die Aussichten werden besser.